Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Myriceum in Waren Insekten sind faszinierend. Ihre Formen und Farbenvielfalt ist erstaunlich. Wer eine Entdeckungsreise in die Welt der artenreichsten Tiergruppe unternehmen möchte, kann das noch bis zum 6. Oktober im Myriceum in Waren. Dort läuft die Sonderausstellung Facettenreiche Insekten, Vielfalt, Gefährdung, Schutz. Sie gibt nicht nur einen Einblick in die Schönheit der kleinen Tiere und in ihre besonderen Fähigkeiten, sondern macht auch auf ihre enorme Bedeutung für unser Leben aufmerksam. Besucher jeden Alters erwartet eine interaktive Ausstellung mit spannenden Mitmach- und Medienstationen. Die Sonderschau kann Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr erlebt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017